Der Creature ist in Twitch gerade online. Also dann von daher, hallo an alle Zuschauer, gerade beim... Ja, einmal hin, vier Leute, die gerade bei Creature eben halb zuschauen. Ja. Wie, du hast einen dicken Pimmel, nur weil vier Leute zugucken? Nein, nur weil du einen dicken Pimmel hast, deswegen. Also es sind ja nur vier, also ich sag mal, bei mir ist so der Durchschnitt bei den Videos so zwischen 10 und 20. Also von daher, also von daher, alles gut. Also ich nehme für YouTube auf und von daher, falls ihr es nachher sehen wollt, einfach bei Players Level gucken. Also da wird es dann irgendwo in den nächsten Tagen dann online gehen. Aber falls ihr es live gucken wollt, ja, dann könnt ihr nächsten Freitag, vielleicht ist ja der Creature dann auch wieder dabei, dann könnt ihr quasi live dann auch uns beim Spielen zuschauen. So, also von daher der Hinweis an alle, ne, ich nehme auf, also von wegen Rechte und so und bla. Ja. Also irgendeiner ist auf jeden Fall sehr leise bei mir. So, ich mache mein Mikro mal was tiefer, so, besser. Da wird man einfach erschossen. Also, ich mache mein Mikro mal was tiefer, so, besser, 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 besser. Also, nein, alles passt, also hast du eigentlich wirklich eine angenehme Stimme. Also, ich denke mal, wir gehen A, weil alle A gehen. Das habe ich. Was hast du gegen mein Fahnenkreuz? Warum beschwärts sich immer jeder gegen mein Fahnenkreuz? Ich kann doch nix für mein Fahnenkreuz. Ah, scheiße! Ah, Muni war leer! Schon wieder? Du hast... Ja, machen wir jetzt B, aber warten die das nicht, wenn wir jetzt direkt B machen. Ja, das ist noch einer, das ist noch einer, das ist noch einer. Wer hat die Bombe? Hat mich. Ich hatte aber auch nur neun. Ah, ja. Ah, ja. Ne? Ah, okay. mehr beruhigend. Was machen wir? Schneller A, okay. Er schießt einen auf mich. Ich habe auch noch geplantet bekommen. Echt? Kinderriegel und gleichzeitig Shootern? Das geht gar nicht. Geil, sauber. No music. Wieso no music? Lein Deutsch, Trottel. Hahaha. Das ist alles frei. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ist jetzt Dirks Fahnenkreuz auch nicht gut genug, oder was? Ist doch egal. Ich sehe nichts. Oh, bin ich blöd. Auf lang ist noch einer mit der Desert. Da war der Kopf. Ah, hättest du nur warten müssen. Vielleicht solltest du ihn einfach da behalten, wo er hingehört, nämlich vorne. Mitte würde ich dann eher sagen, wenn er hier drauf sitzt. Ja, das war der Recht. Ja, das war der Recht. Ja, das war der Recht. Ja. 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 Soll ich jetzt mal auf B gehen? Nur für mal ein bisschen Abwechslung. Bei mir ist noch alles gut. Ein Airdrop wäre auch nicht schlecht. Aber du weißt ja, du brauchst fünf Abschüsse hintereinander, um den Airdrop zu kriegen. Ach, bin ich doof. Ja, jetzt kannst du legen. Ja. Ja. Ja, jetzt kannst du legen. Das war der Recht. Ja. Ja, ja. Ja, ja, das ist so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. einer ist recht sorry der war nicht so gut super oh er hat twitcher gesagt er hatte so gut so gut Okay, mal auf. Nice. machen wir noch mal okay der der lauter schreibt kriegt recht warum habe ich den nicht getroffen ja ok ja du hast recht ja 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 wo war der denn er wartet nur drauf jetzt dafür ist er wenigstens noch gestorben hast du denn eine linke die 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 dort geht so 65 gegen uns die 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 Okay. Die letzten Mal, wo ich da gelaufen bin, die letzten Mal war da keiner. Okay. Die letzten Mal, wo ich da gelaufen bin. Okay. Die letzten Mal, wo ich da gelaufen bin. Eine, eine Wir müssen hier öfter. Du musst dich mal ein bisschen entkrampfen. Du musst dir einfach die Anspannung rausschreien. Oder du musst dir irgendwie eine Eurojobberin besorgen, die dir die ganze Zeit... Ja, du weißt schon. Ja, genau. Das ist auch eine Lösung. Das ist auch eine Lösung. Das ist auch eine Lösung. Wieso? Das ist auch eine Lösung. Eee... blenden spät reicht es nicht am sauberen ach so ist natürlich eine prinzip frage der defuse geil Der Tunnel ist einer. Schützt einfach die Bombe und gut ist. Der Tunnel ist einer. ja ja yes cheater ah ich habe keine Ahnung, der eine Ansage macht fuck linkse 2 links war ein hat zwar immer einer ah ja tu es doch und was machen wir beide hier so ich bleibe A ich bleibe A ich bleibe steppt gerade nach 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 Bei der Bombe ist einer. Zauber. gute nacht gute nacht johnny boy naja die anderen eben gute nacht 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 nebel bei mir gute nacht 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 mic Einer ist weg, zweiter ist weg. Vielen Dank für die Blumen. Alles klar, mach's gut, tschaui. Jetzt sind wir nur noch zu dritt, oder was? Ja, ich sag den unteren mal Bescheid. Also, wir sind nur noch zu dritt anscheinend. Also von daher, einer ist auch rausgeflogen und einer muss irgendwas mit seiner Mutter. Also von daher, nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, ich bin wieder zurück. Und von daher, dann unterbreche ich mal kurz die Aufnahme an der Stelle. Ich weiß ja nicht, wie lange wir warten müssen.